Und die Spezialeffekte fügen wir bei der Bearbeitung ein. Also ich kann's mir vorstellen. Und ihr? Ich kann's mir auch vorstellen. Es wird voll super. Okay, wer soll skaten? Gut, es werden Skaten, Simon, Matteo, Jim, Yam, Delphi, Jasmin und ich natürlich. Okay, dann wäre soweit alles klar und wir können sofort anfangen, oder? Und die Musik? Äh, wie wär's, äh, mit der Rollerband? Gut, wann fangen wir an zu proben? Äh, passt auf, morgen trainiere ich den ganzen Tag über die Red Sharks, aber danach im Anschluss würde noch was gehen. Nur weiß ich noch nicht, wo wir proben. Äh, wir könnten doch einfach im Park trainieren, oder nicht? Ja, wir könnten durchaus im Park anfangen, aber zum Filmen wäre das suboptimal. Da brauchen wir Ruhe und einen Platz, um die Leinwand aufzustellen. Ich glaube, wir werden leider die Bahn benutzen müssen. Was hier? Juliana, nicht doch. Es könnte riskant sein, vor allem für sie. Ich glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Ja, es ist sehr riskant, aber solange es keiner erfährt, wäre es machbar. Vor allem kein Wort zu den Red Sharks, den vertraue ich nicht. Keiner von euch darf etwas verraten, okay? Okay. Okay, kein Problem. Hallo! Hallo! Was ist? Habt ihr euch erschreckt? Nein, wir haben über was Wichtiges gesprochen und nicht über sie, überhaupt nicht. Ich mache mir nur darüber Gedanken, ob hier einige Leute ihre Aufgaben nicht erfüllen. Zum Beispiel du, Juliana, solltest du nicht gerade mein Team trainieren? Äh, ja, ja, bin schon.